Ich gebe Ihnen eine Chance, aber enttäuschen Sie mich nicht, sonst kille ich Sie. Am besten du ziehst das mal in Julias Zimmer. Na, wenn's denn sein muss. Ja. Und für heute Nachmittag überlegen wir uns noch, was wir mal anstellen können. Ach, die kommt schon irgendwo unter bei der Auswahl. Clarissa, Christoph, deine Eltern, die braucht sich doch nur zu entscheiden. Aber ich bin so froh, dass du jetzt bei mir einziehst. Untertitelung. BR 2018 Das gibt's noch nie. Mensch, Julia. Hey, Julia! Musst du mich so erschrecken? Was ist denn? Sag mal, hast du die ganze Nacht hier gepennt? Nein, ich teste die Autositze. Aua, jetzt hab ich Krampf. Julia, warum hast du denn gestern nicht gesagt, dass du nichts zum Schlafen hast? Du wirst doch bei mir zu Hause pengen können. Oh, Mann! Komm, halt dich fest und tritt den Auswand. Okay? Ja. Du wirst aus, als bräuchte ich so dringend einen Kaffee. Hm, nächstes Mal kaufe ich mir ein Auto mit Himmelbett. Oh, komm. Guten Morgen, Kathi. Morgen. Oh, das sieht ja interessant aus. Oh, was soll's denn werden, wenn es fertig ist? Weiß ich selber noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall was ganz Neues. Möchtest du vielleicht mal was davon probieren? Nein, nein, danke, danke. Wirst du Zeit nicht nach Experimentenzumutel. Ach, das kommt schon wieder. Sag mal, hast du was dagegen, wenn ich mich im Stall ein bisschen nützlich mache? Überhaupt nicht. Ja, super, dann gehe ich nach dem Frühstück gleich rüber. Ja, gerne. Und die Schule? Ähm, die geht heute erst um 10 los. Unser Englischlehrer ist krank. Ah, ja. Ich wollte mich ein bisschen um Foxy kümmern, jetzt wo Julia nicht mehr hier wohnt. Hm. Oder hat sie was dagegen? Bestimmt nicht. Ist was, hab ich was Falsches gesagt? Nein, 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 Kathi. Mir kam's nur ebenso vor, als säße Julia hier. Sie war in deinem Alter genauso pferdeverrückt wie du. Und reiten konnte sie wieder teufeln. Hm, apropos reiten. Welches Pferd soll ich für dich satteln? Für mich. Ja, wir wollten doch heute zusammen ausreiten. Äh, ja, das geht nicht. Wieso denn nicht? Karin kommt für zwei Tage hierher. Ich hab versprochen, sie von der Agentur abzurücken. Mir hast du auch was versprochen. Zweimal schon. Ja, ich weiß. Aber wenn du keinen Bock hast, dann... Ach, das ist es doch nicht. Ja, was denn dann? Glaub mir, die Verabredung mit Karin kann ich nicht verlegen. Nichts würde ich lieber tun, als lange Ausrette machen. Die hab ich früher mit Julia immer getan. Ach, vielleicht kann ich ja ein bisschen für Julia einspringen. Also wenn ich diesmal keine vier schaffe, sieht's zappenduster aus. Jetzt warte doch erst mal ab. Hey! Ich glaub, ich hab im Lotto gewonnen. Ist ja okay. Mach nicht so einen Aufstand drum. Sag doch mal her. Finger weg. Ich bin noch nicht fertig. Ich aber. Heißt, hast du auch die Klausur gepackt? Ja, klar. Für mich ist doch mein Lieblingsfach. Seit wann das denn? Ach, seit gestern? Die Klausur war sauschwer. Warum sollst ausgerechnet du die gepackt haben? Tja, ich hatte halt eine Eingebung. Vom Heiligen Geist, oder was? Okay, okay. Ich hab ihr ein bisschen geholfen. Ein bisschen? Das glaubst du doch selber nicht. Hast die Aufgaben wohl geklaut, hm? Naja, wenn man sich ein bisschen mit Computern auskennt, ist das alles gar kein Problem. Das ist es. Du hast die Aufgaben wirklich geklaut. Du hast den Schulcomputer angezapft. Aber das bleibt unter uns sehr Ehrenwort. Aber wenn ich die Aufgaben nächstes Mal auch vorher kriege. Das war eine absolute Ausnahme. Wir können das nicht nochmal machen. Das ist viel zu gefährlich. Genau, und außerdem war das auch nur ein Test. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob ich das Passwort knacken kann. Tolle Freunde seid ihr. Anna kassiert den Einser und mich lasst da ans Messer laufen. Super. Hör mal, ich helfe das nächste Mal so in Chemie. Versprochen. Ach, kein Bock. Ihr seid unmöglich. Oh nee, bitte. Mir kommt das Zeug schon zu den Ohren raus. Sei brav und trink, ne? Trink du doch. Mensch, willst du in der Redaktion tot umfallen, oder was? Ist mir scheißegal. Wieso interessiert dich das überhaupt? Ich mache mir eben Sorgen um dich. Auf einmal. Gestern Abend hast du dir herzlich wenig Sorgen um mich gemacht. Doch. Ich habe dir ja sogar noch nachgerufen, aber du bist ja abgerauscht wie eine Rakete. Ach, Quatsch. Komm, gib mir mal das Bein. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du obdachlos bist. Es war ja wohl offensichtlich, dass ich ein Problem habe. Mensch, Julia, hier war höllisch viel los. Ich wusste echt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Es tut mir wirklich leid. Ich bin froh, wenn Sophie und Henning aus dem Urlaub zurück sind. Besser? Das Bein oder meine Laune? Beides. Der Krampf ist weg, aber meine Laune... Du kannst heute Nacht bei uns schlafen. Babers Zimmer ist frei. Echt? Schönen guten Morgen zusammen. Morgen, Tanja. Hallo, Julia. Du siehst ja gar nicht gut aus heute. Also machen wir das dann so, dass du heute zu uns kommst? Vergiss es, ich suche mir ein Hotel. Hey, Julia, warte doch. Könntest du einen Mann-Kafé machen? Oh, blödes Spiel. Apropos Spiel. Hat jemand Bock auf ein bisschen Basketball zocken heute Nachmittag? Heute Nachmittag? Sag mal, spinnst du? Wieso? Ja, weil wir morgen eine Matheklosung schreiben. Hast du wohl vergessen, was? Nee. Nee, ich nicht. Du? Ich pocke jetzt schon seit einer Woche. Ich bin mit dem Stoff immer noch nicht durch. Du, dann sehe ich schwarz für dich. Glaubt, der Typ bringt den Weg, der Scheiß? Na, kann gut sein. Der liebt Geometrie. Und was glaubst du, Flo? Keine Ahnung. Das ist mir auch ziemlich schnuppe. Deine Nerven mit Schaden. Ich bin eben gut vorbereitet. Das kannst du sicher nicht behaupten. Heute, um drei, bei dir? Du willst Basketball spielen? Ja. Wenn du nichts dagegen hast? Äh, natürlich nicht, aber... Solltest du nicht besser was für Mathe tun? Weißt du, ich sehe das ganz locker. Mathe-Klausuren sind wie Basketball. Alles, was du brauchst, ist ein Mitspieler, der dir die Bälle richtig zuspielt. Und, was macht die Karriere als Topmodel? Geht steuer, der Garf. Von der Schrankbahn bis zum Rasen hier. Und du? Hallo, Herr Wirt. Alles okay? Geht so. Willst du den Laden ruinieren, bevor Sophie zurückkommt? Sieht so aus. Jedenfalls bin ich im Gläser zerbrechen schon ziemlich gut. Was ist denn los? Ach. Ich hab heute Morgen bei Juli an ziemlichen Bock geschossen. Kannst du mal? Sie wollte bei mir schlafen, aber ich hatte kein Zimmer frei. Ja, und? Sie war stinksauer. Bevor ich was sagen konnte, ist sie abgezogen und hat im Auto gepennt. Was hat sie? Ja, ich hab sie heute Morgen ums Lenkrad geht wirklich gefunden. Ach, du Scheiße. Und wo ist sie jetzt? In der Redaktion nämlich an. Hey, was ist denn los? Klierst du hier später, ja? Und die Rechnung? Schreib's an. Cäsaris, Superomerum, Spektantes, Provincias, Eos, Cognosimas, Scilicet. Ah, hallo Julia. Kommst gerade richtig. Kannst du mir vielleicht bei der Lateinübersetzung helfen? Oh, nee, ich krieg ein Herpes, wenn ich ein Lateinbuch nur sehe. Entschuldigung. Ist Christoph da? Nee, der ist unterwegs. Und wann kommt er wieder? Keine Ahnung, aber er hat heute jede Menge Termine. Und dann wollte er noch Karin von der Agentur abholen. Dann warte ich. Sag mal, bist du eigentlich sauer, weil ich in deinem Zimmer wohne? Quatsch, gibt genug Zimmer hier. Mensch, bluff mich doch nicht so an. Entschuldige. Ich hatte eine schwere Nacht. Ist okay, dass du hier wohnst. Gefällt's dir denn? Ja, super. Wenn der blöde Latein kam nicht, wäre es allerdings noch besser. Kann ich dich mal was fragen? Klar. Warum hast du dich mit Christoph gestritten? Woher weißt du das denn schon wieder? Hab's halt so mitgekriegt. Wir haben uns nicht gestritten, ich. Ich hab ihm nur gesagt, dass ich's nicht richtig finde, wie er mit Clarissa umgeht. Wieso? Er macht doch gar nichts. Was weißt du denn, was Christoph macht und was nicht? Stimmt. Aber eins weiß ich, das hat er mir heute Morgen noch gesagt. Was denn? Dass er dich vermisst. Er redet die ganze Zeit von dir, wie ihr früher zusammen ausgeritten seid und so. Hm. Jetzt kann er ja mit dir ausreiten. Jetzt kommt's ganz dick. So dick wie das hier? Viel dicker. Rate mal, wo Julia heute Nacht geschlafen hat. Äh, bei einem wunderschönen, fremden Jüngling. Ja, im Auto. Nee, das glaub ich nicht. Gero hat sie heute Morgen vor der Kneipe gefunden. Hier. Oh Gott. Die blöde Kuh. Wieso du? Oh mein Gott, ich hätte auch wissen müssen, dass sie blöft. Sie hat groß rumgetönt, von wegen sie hätte tausend Möglichkeiten und ich glaub ihr das auch. Du kannst doch überhaupt nichts dafür. Natürlich. Ich bin doch ihre Freundin, ich hätte's merken müssen. Das hat sie sich selbst eingebockt mit ihrem blöden Stolz. Außerdem kannst du sie auch wieder gut machen. Wie das denn? Indem du ihr sagst, dass sie hier einziehen kann. Hier? Ja. Denn nur vorübergehend, bis sie was eigenes gefunden hat. Hm. Ich weiß nicht. Zu dritt in der Wohnung, es geht bestimmt nicht lang gut. Vor allem nicht mit euch. Wir schaffen das schon. Ja, so wie neulich. Ach komm. Neulich war eine Ausnahme. So oft schreiten wir uns nicht. Doch Mensch. Ich find's aber so schön mit dir. Ich hab wirklich Schiss, dass das kaputt geht, wenn Julia einzieht. Hey. Wir werden den Spaß unseres Lebens haben. Scheiß nicht. Ach komm. Gib dir einen Ruck, ja? Also gut. Meinetwegen. Ich liebe dich. Die drei Musketiere. Ohne Furcht und Tadel. Aber mit Adel, was? Müssen sie gleich ausfindig machen. Ich fahr eh gleich in die Redaktion. Da seh ich sie. Ach komm. Wir machen es am besten gleich. Hm? Dann haben wir es hinter uns. Und das Leben vor uns. Was ist denn? Ich muss mit dir reden. Oh, ist wohl dringend. Allerdings. Welche Klausurfragen brauchst du denn diesmal? Mathe, Bio, Physik? Geht doch auf mit dem Quatsch, Florian. Hey, wo bleibt die Dankbarkeit? Mein Quatsch hat dir eine glatte Eins in Chemie eingebracht. Hörst du, dass er wirklich liebt von dir mit den Klausuraufgaben? Ja. Florian, zerh auf. Womit? Du sollst nicht marken. Weder für mich noch für andere, hörst du. Ist doch alles super gelaufen. Das ist ein irres Risiko. Außer dir und mir weiß doch niemand davon. Ja, und Lena. Die schauen. Ich habe aber einfach Schiss, dass sie es weitererzählt. Du hast ein schlechtes Gewissen, hm? Aber dagegen gibt es ein super Mittel. Genau. Und zwar versprichst du mir, dass du nie wieder den Schulcomputer knackst. Anna, die paar lausigen Klausurfragen. Bitte lass die Finger davon, ja? Aber nur, wenn ich die Finger nicht von dir lassen muss. Schluss mit dem Büffeln. Aber ich muss doch noch Latein übersetzen. Jetzt gibt es Kaffee. Und Kuchen. Ja. Und der gallische Krieg? Den knöpfen wir uns danach zusammen vor. In Latein war ich super. Das hätte ich mir ja denken können. Julia. Ich muss dringend mit dir sprechen. Ich hole schon mal Teller. Was kann ich für dich tun? Na, raus mit der Sprache, Julia. Ach nichts. Es ist doof, dass ich hier gekommen bin. Diese Sache von neulich. Es tut mir leid. Ich habe viel dummes Zeug geredet. Ich doch auch. Dann sind wir also wieder Freunde? Ja. Ach, du bist der einzige Freund, den ich habe. Ist ja gut, mein Mädchen. Warum bin ich nicht viel früher gekommen? Ich war noch nie so einsam. Was ist denn passiert? Weiß nicht. Ich habe dich nur so vermisst. Ich dich auch. Und dieser dumme Streit. Ich hatte schon Angst, dass du nichts mehr von mir wissen willst. Unsinn. Es ist schön zu hören. Halt auf, ihr zwei. Sonst fange ich noch an zu heulen. Hauke, wir waren verabredet, Sportsmann. Hast du es vergessen? Ich dachte, das war ein Witz. Wieso ein Witz? Naja, musst du nicht für die Matheklasse üben? Ja, genau deswegen bin ich ja hier. Ich habe gedacht, du spielst mir vielleicht ein paar gute Bälle zu. Ich glaube, ich verstehe nicht. Dann muss ich wohl etwas deutlicher werden, Herr Hacker. Wer sagt das? Lena. Lena sagt, du kommst in jedes System rein. Ach nee. Ja, ehrlich. Also, ich finde das wirklich toll, wie du diesen Elektronik-Krempel beherrschst. Was zum Teufel willst du? Nur einen klitzekleinen Freundschaftsdienst. Die Fragen der Matheklausur. Aus dem Schulcomputer. Du spinnst wohl. Das geht überhaupt nicht. Das ist doch ein Kinderspiel für dich, sagt Lena. Eos cognosimus skilliset. Eos cognosimus skilliset. Hast du eine Ahnung, was das heißt? Nee. Da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Musst du Karin fragen. Wo ist sie denn? Sie zieht sich gerade um. Und Julia? Die ist schon wieder weg. Die hatte heute Nachmittag noch zwei Fototermine. Aber ich soll dich ganz herzlich grüßen. Danke. Eigentlich habe ich dir ja zu danken. Wieso? Du bist ja wohl nicht ganz unbeteiligt an unserer Versöhnung. Ich finde es blöd, wenn sie ihren Vater mit seiner Tochter streitet. Ja, ich auch. Ich habe ja leider keinen Vater. Na, jedenfalls nicht so richtig. Du kanntest ihn doch, oder? Roberto. Wie war er eigentlich? Ja, warum fragst du mich das? Weil Barbara sagt nie so richtig was über ihn. Sie schimpft immer nur. Ja, also ich kannte ihn auch nur sehr flüchtig. Aber du kennst dich doch gut aus mit Menschen. War er wirklich so schlecht, wie Mami sagt? Also ein Heiliger war er nicht. Ja, das ist Mutti auch nicht. Sie hat ein paar ganz schöne dicke Macken. Unter denen du fürchterlich zu leiden hast, ne? Manchmal schon. Ich verstehe gar nicht, wieso du so gut mit dir klarkommst. Tja. Ich kenne mich eben aus mit Menschen. Ach. Ich wünsche nur, ein Papi wäre so wie du. Tada. Das teute Musketier. Hallo. Hi. Na, Bruder, Herr? Ich wusste gar nicht, dass ihr mich schon so fest eingeplant habt. Und das nach meiner Nacht im Auto. Ja, das war vielleicht eine Schnapsidee. Ja, wirklich. Hättest du echt bei uns pennen können. Ja, ich dachte halt, es geht schon irgendwie. Und außerdem... Was außerdem? Ich wollte euch nicht stören. Ach, du störst doch überhaupt nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Und deswegen kannst du auch so lange bleiben, bis du was Eigenes gefunden hast. Unter einer Bedingung. Welche? Julia, wir dürfen uns nicht streiten. Okay. Ja, meine Freunde werden mich um euch beleiden. Na, wie schön für dich. Mhm. Aber wirklich nur dieses eine Mal. Ja, sowieso. Kühl bloß die Mathe-Klausur. Ja, und ich will nicht wegen dir von der Schule fliegen. Ja, aber das ging mir genauso. Boah, das ist ja der Hammer. Moderne Kommunikation. Ich glaube, ich muss mir auch mal so ein Teil anschaffen. Mit anschaffen allein ist es nicht getan. Gut. Du musst vielleicht noch ein paar Knöpfchen drücken. Man muss vor allem die richtigen Knöpfchen drücken. Und vom Betriebssystem muss man auch ein bisschen Ahnung haben. Man kann alles lernen, wenn man will. Und warum lernst du denn nicht viel Mathe? Ja, wozu denn, wenn ich dich als Freund hab? Jetzt halt endlich den Mund. Ja, ja. Ich versuch, mich zu konzentrieren. Und, kommst du ran? Ich bin schon im Mathe-Ordner. Das läuft ja wie geschmiert. Abwarten. Hier herrscht ein ziemliches Chaos in den Files. Was heißt das? Das heißt, dass ich Ruhe brauche. Also, hock dich dahin und halt die Klappe. Ja, okay, okay. Ich bin gar nicht da. Ja, was ist? Willst du den Ausdruck nicht abholen? Ach, Florian, du bist ein Genie. Hm, kann ich mitmachen? Ja, klar. Du bist ja richtig gut drauf heute. Ich hab ja auch absolut super Freunde. Was brauch ich mehr? Na ja, eine gute Note in der Mathe-Klausur. Das ist für mich kein Problem. Ach ja, seit wann das denn? Ja, seit Florian. Ich mit ihm lerne. Komm, wir gehen noch ein bisschen Streetball spielen, bevor wir weiterlernen. Was ist? Kommst du jetzt? Ich muss zurück in die Kneipe. Nee, ich bleib hier. Ich weiß nicht, ob ich Christoph das zumuten kann. Wir verstehen uns sehr gut, Christoph und ich. Er hat's dir ja wirklich angetan. Klar, wenn ich meinen eigenen Vater schon nicht kennenlernen darf. Da ersparst du dir einiges. Du redest wie Mutti. Ich weiß nur, Robert hat uns sitzen gelassen und das reicht mir. Du warst damals noch so klein. Du hast das gar nicht verstehen können. Ich war ihm doch nur im Weg. Kathi, wir haben keinen Vater. Vater, find dich damit ab. Du vielleicht nicht, aber ich hab einen. Und irgendwann finde ich ihn auch. Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Ja, wie ein Murmeltier. Du siehst aber müde aus. Habt ihr noch lange gelernt gestern Abend? Ja. Ja. Ziemlich lange. Und? Gutes Gefühl? Es wird schon gut gehen. Ich muss nur noch ein bisschen Geometrie machen. Das schaffst du doch auch so, oder? Woher willst du das wissen? Ach, gib schon das Heft her. Ja, was haben wir denn da? Täusche ich mich, oder sind das die Klausuraufgaben? Florian, das ist wirklich das Letzte. Jetzt spiel ich ja bloß nicht den Moralapostel, oder muss ich dich an deine Chemieklausur erinnern? Jetzt kapier ich endlich, was du gestern mit Hauke ausgeklingelt hast. Du hast ihm die Aufgaben gegeben. Ach, das ist doch Quatsch. Ja, jetzt wirklich. Ich hab doch genau mitgekriegt, wie du die Nummer vom großen Hacker gespielt hast. Und was ist, wenn Hauke nicht dicht hält? Hast du dir das schon mal überlegt? Er ist ein Freund. Ja, er ist jedermanns Freund, wenn es ihm was nützt. Oh, shit. Was ist denn? Ich hab die falschen Matheaufgaben kopiert. Das ist die Klausur von der Parallelklasse. Oh. Verdammt. Jetzt kommt er noch zu spät zur Schule. Gibst du mir mal den... Zocker. Danke. Tja, fehlt nur noch das... Okay, so besser. Genau. Du, wir beiden, wir sollten im Fernsehen auftreten. Vielleicht, wenn es mit deiner Modelkarriere nichts wird, ist es doch eine gute Alternative. Morgen. Hi. Morgen. Winterschlaf beendet? Okay. Komm, ich bringe erst mal einen schönen Schluck Kaffee. Extra stark. Alles austrinken. Danke. Bitte. Da kann Menschen nicht ausstehen, die vor 10 Uhr mal uns gute Laune haben. Also, ich muss jetzt los. Ich komme gleich nach. Danke. Ja, aber beeil dich. Unser erster Termin ist schon in der Stunde. Ciao. Tschüss. Tschüss. Na, Madame? Immer noch bedenken, was Julia betrifft? Nee, langsam glaube ich auch, dass wir ein spitzen Trio abgeben. Und du? Ich habe es immer gewusst. So, dann wollen wir mal. Bitte verdeckt auf den Tisch legen. Ich muss dir was sagen. Keine Privatgespräche, Florian. Ich hoffe, Sie haben fleißig gelernt, Hauke. Ich habe gar kein Kaffee nie. Sie werden sich wundern, Herr Doktor. Aber das sind ja ganz andere Aufgaben. Wie bitte? Äh, nichts, Herr Doktor Vogel. Antworten Sie mir gefälligst. Was soll das heißen, andere Aufgaben? Was soll das heißen, andere Aufgaben? Was soll das heißen, andere Aufgaben? Ich habe eramıne TJ Новst butts. Ich hoffe, Sie wird aufимся, Цеholen initiatives weiter undich le Winged ursprung. Bis zum nächsten Mal. All right. Bis zum nächsten Mal. PRE-GREW parents